ach ja ich hab angst kann mal wer auf ja wetten dass ich mehr kriege was nie überhaupt schafft ihr heute den dritten bus klaro wie nachher sagte nope ich finde es gut dass du mich liebst aber ne warte mal du bliebst nicht in mich ach ich weiß es nicht nee du bliebst in acht weiß ich nicht ich weiß die umfragen nicht hey der hat meinen tags und der hat meine tags als einfach für den tod muss ich auch noch arbeiten neben meiner arbeit hier in meiner ja ja alles leer hier ist überall diese fetten kack viecher oh ach so ich bin wieder hier ich verstehe ähm nett hier kann man noch weitergehen hier ist bestimmt was ganz wertvolles well yes but actually no geh nicht holen da krieg ich auch nur mehr druck hm ich bin noch nicht so ganz überzeugt von dem gebiet hier wir gucken ob man da raufkommt ach so ich bin jetzt woanders wieder ich verstehe den ganzen laden hier nicht da ist mir alles zu kompliziert ja da ist leider das problem es gibt keine einfachen bosse mehr main game fehlt jetzt nur noch dieser eine und natürlich der endboss aber den mache ich ja erst ganz zum schluss oh mein was war das für ein symbol da unten eben da war irgendwie so ein item mit so einem komischen symbol neues spiel starten ok judex gundir i come for you ach was ich jetzt mache nein ich hab falsches lagerfeuer ich will nicht schon in der brücke schlafen bitte Moment komm ich jetzt wieder hier an ich liebe mein leben ähh 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 ja ok hier bin ich dann wieder da alles klar habe ich verstanden hier war ich eben bin runter gesprungen genau das ist der fahrtschritt vom anfang ja aua brownie Boah, ich hab Bock auf den Brownie. Was ist da gerade passiert? Mann, ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich jetzt noch hier lang soll groß und was hier überhaupt abgeht und was, was ist, was, was, wer bin ich überhaupt? Ich war hier noch gar nicht. Auf dem sichtlichsten Weg. Ah, stark. Okay. Okay. Ja. Hab ich schon gesagt, dass ich Angst vorm, vorm, vorm Nameless King habe. Es tut mir leid. Es ist doch... Ich weiß, ich sag mir alle, der ist nicht so schwer, der ist voll okay und ich denk mir so, nee, nee, wahrscheinlich nicht. Mimic? Nein. Hm. Nee, das Auto, der schafft mir mal bitte nicht. Ich will nicht auf meine Rolex verzichten. Du musst gewinnen. Ja gut, wenn das so ist. Oh nein, Alter. Hammer, der los. Ähm. Ich sehe Schatten, die ich gar nicht sehen will, glaube ich. Oh Gott. Der neue Lindwurm, oder was? Ich hab keine Zeit für sowas. Oh ja, 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 ja. Hi. Och nee. Nein, nein! Das ist alles schlecht. Weiter, weiter. Ins Verderben. Ich betätige einfach, weil, warum nicht? Jetzt seht ihr das, was ist abgelehnt. Okay. Töne Sequenz. Essen! Ach, scheiße. Habe ich neben das King gerade erweckt? Habe ich neben das King gerade erweckt? Habe ich neben das King gerade erweckt. Töne Shuress? Habe ich noch mal, zAlright injglass. Habe ich Uni. Habe ich noch mal. Du Drecksack. Da will er gleich was von mir. Ja, oh. Schön, schön, schön. Jetzt kannst du mich töten. Jetzt ist es in Ordnung. Wir haben jetzt quasi zuerst einen Gegner gehabt, der meine Waffe aus Dark Souls 1 hatte. Die Drachenzahn. Okay, der hat nicht den durchgehabt, aber der hatte quasi eine ähnliche Waffe, wie ich in Dark Souls 2 hatte. Oh, Mann. Na gut. Schauen wir nochmal kurz hier dran. Gucken wir mal vor uns, wie es weitergeht. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wo will ich hin? Ich kann mich nicht entscheiden. Geh mal nach oben hin. Ich glaube, ich gehe doch erstmal den anderen Weg. Ich habe gerade spontan eine Entscheidung gefehlt. Ach ja, okay. Ähm. Da lang. Hm. Jammer schade Ich habe sie umgelenkt Ich komme hier perfekt durch Oh, ich komme hier nicht durch Was ist das denn hier? Ach Jungs, muss das sein? Hm Not like this Oh, ist ne Sackgasse Da sind ja eh vier oder fünf an einem Haufen Also irgendwie die zu killen bringt ja auch nix Weil dann sowieso vier oder fünf an einem Haufen sind Die mich ficken So oder so Eieieiei Aber vielleicht mache ich es doch mal Ja Herrlich Wir brauchen mal nicht viel Mit einem Schild Warum ist der zehnmal so groß Wie die anderen Warum hält der zehnmal so viel aus Wie die anderen Mann Nachspiel Ganz verstehst du auch nicht Was ich von ihm möchte Die anderen da auch schon angedackelt Alter Ich kann die Liebe Mann Ich stelle drei von denen in den Raum Und es ist schwieriger als der Lymphoom Holy shit, Alter Ich mache mich fertig Boah, diese hässlichen mit ihren Schildern, Alter Schildinnen Okay, ich habe keine Lust mehr Mann Was denn, Alter Bei denen sind wir noch genug, ha? Nee, nur noch er hier Das kann nicht wahr sein, Mann Boah Ich will mal behaupten, ich kann hier wieder beten Aber was bringt mir das Also hier mich wieder so lustig hinsetzen Wohin geht der Drachenkörperstein Okay Hm Problem ist, ich weiß nicht, wo ich jetzt hin soll Stimmt, da dran war ich nur nicht Oh, die Tür da unten ist jetzt auf Ach Ich will mal Ich hoffe, ich weiß nicht, wo ich mich ist das der, den ich gerade hingerichtet habe? Du solltest einfach nur looten, aber das kriegst du halt einfach nicht hin, weil diese dumme Klau im Weg ist. Alles klar. Ich ziehe jetzt wenigstens noch auf hier. Ja. Ach nee, warte mal, da hinten war ja erst zu, ne? Ach, ich bin doch ein Idiot. Alter, wie viel Damage der macht. Ähm, klar. Klar. Ich würde einfach nur gerne den Loot haben, mehr will ich gar nicht. Für nichts. Ich kenne die Waffe noch. Ich müsste die perfekt beherrschen. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich lang muss. Ähm. Zurück links Treppe hast du gesagt, aber ich habe keine Ahnung, was du damit meinst, beziehungsweise da, wo ich gerade war. Ist ja sonst auch nichts. Hm. Ist der NPC. Du wolltest mir jetzt einfach nur den Gegner einmal zeigen, oder was? Hm. Nett. Zurück zu der Glocke. Oder kann ich jetzt einfach, ach so, kann ich hier jetzt, nee. Runterspringen. Oha, tatsächlich. Okay, weil ich habe gerade nur so gedacht, kann ich hier jetzt irgendwie laufen. Aber wisst ihr was? Oh, da ist ja auch eine Nebelwand. Okay. Ja, dann werde ich jetzt mal hier die Folge beenden, würde ich sagen. Und beim nächsten Mal kümmern wir uns dann drum. Oh Gott. Oh, ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Oh, wir kriegen das hin. Irgendwie. First Try. Wenn ich den jetzt First Try mache, dann müssen wir 100 Gift Subs geben. Bis dahin. Tschüss.